die Schmerzen und an die Schmerzen ja ich bin in der Kopf hier ist die Schmerzen wo das sind noch Druckplatten wir kommen davon wenn man reingeht und da wird das Beispiel auch immer uns hier rein gut gut und doch ich glaube okay und der Schimpf okay Ok, so Spaß. Links, rechts, clear. Oh, Enderman, den guck ich mal nicht an. Und jetzt Spawner. Ja, hier ist ein Spawner. Spawner ist entschärft, ein Lieber hab ich. Was? Jetzt? Der Enderman, der guck ich grad so an. Die Ender sind gut. Was ist der Enderman? Irgendwo. So, so auf. Jawoll. Das geht hier nicht. Ah. Oh, ich dachte schon du wärst einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das. Alter. Spawner. Wir sind Spawner. Ja, ich hab auch Spawner. Los. Oh mein Gott. Ich hab's nicht mehr raus. Unge. Oh sie. Ein Spawner ist raus. Okay. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ja egal, komm. Wir werden alle sterben. um um ein wenig wir werden das überleben wir sind die zweite ich hab schon ausgeleuchtet und amal in die Außenrunden nicht nur kommen ja ich bin hinter dir das ist also die Rauske kann ich nicht mehr Prozent Warte wir haben die Garten und den Städten und den Weg so weit die Gäste okay da habe ich genaubt mit der Wunsch weiter ab er hat sie machen hinter die Hälfte die Strecke dann diskonnecte machen er hat wieder vor Wo bist du denn? Ich bin woanders gesprungen. Hallo? Ja, was ist? Ich bin so lange gesprungen. Ja, kannst auch nicht mehr zu fehlen. Jetzt ist es gerade hier. Komm mal, den Scher... Hä? Da macht es nicht mehr. Auch ist das Lockdown. Die Scher... Sie wollen nicht mehr auf die Stille. Wir werden nicht mehr auf die Stille. Da gibt es einen neuen Stil. Da geht es mir um die Stilung. Da gehen wir raus. Die Stille noch mal cards. um das war schon mal weg ich habe ihn aber einer folge Prozent Bildschirm Daniel neun Stück die und gut überlagt Prozent als Maxi Schau schon mit drauf ich bin wir sollten auch fackeln sparen ich kann nicht gehen ich hab 630 ich glaube du hast mir er wollte man immer hier die eine Oh, ne, der nächste Raum. Warte, das ist ein Spawner, den kriege ich weg. Ja, weg. Nicht so viele Fackeln. Äh, sagen wir hier? Wow, Creeper. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Ja, und dann beenden wir hier den Part, weil wir so wenig Zeit hatten und machen dann irgendwann mal weiter, also morgen, denke ich. Genau. Jo. Ciao, Leute. Ciao. Herzlich willkommen zurück. Daniel? Jo, ich bin überhaupt reingefallen. Jo, ähm, wir waren jetzt hier in diesem Raum und wir dürfen, glaube ich, nicht nach unten gehen hier, weil das war ja nicht offen. Ich glaube nicht. Und jetzt gehen wir einfach hier rein. Hier, der steht. Okay. Wie viele Spiele hast du denn noch? genug. Hä, wo ist denn der jetzt? Das soll mir entdecken. Boah. Schieß mal rein da. Please. Halt. Aber war das, der Kacke mit der Tür. Mal das war kacke mit der Tür. okay ich nehme mal wieder Popper holt Wartung aber ich glaube man muss erst hier aber hier ist ja auch ein Weg ich weiß ich guck mal schnell was mit Toren ein auch die Mönchern an wo auch weiß du wie viele Burgenmänner da sind? weißt du was hier fehlt? ja komm, lass irgendwo in ein Raum aber nur ja die sind ja alle ein ja komm, komm, komm ja da kriegt man nicht das Fleisch da wie soll man das kriegt man kriegt nur die Erfahrung da habe ich den Fakten ich habe die Kiste da nur ein Gold drin so auch und ok dann lassen wir wieder da reingehen ok dann gehen wir jetzt hier in den nächsten Raum oder ja die sind alle auf mich glaube ich noch fixiert oder doch nicht ich hab dich schon auf jeden wow hast du dich hier durchgeschritten ok momentan ja ich gebe dir mal zwei Beile da muss der Fackel auf jeden Fall hin und haben wir hinter uns gekommen wir brauchen fleißig wieder nach und und k 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 immer noch mehr ja auch hier vor und dann gehen die nicht wir haben hier er ist verständlich er hier dort soll er hier weiter mehr da waren wir schon das wieder und da Hier. Und dann hier. Wow. Ich wusste ja gar nicht, dass die alle da sind. In der Decke und so. Hinter dir ist noch eines. So, die ist weg. Da waren wir schon. Da kommt ein Zombie in der Tür schon, wenn es entgegen. Da waren wir aber auch schon. Ich weiß, wo wir langwischen. Okay, dann geh du mal vor. Danke, welches Level bist du schon? Ja, ich bin 10 bei. Da müssen wir lang. So. Aber wie kommen die ganzen hier rein, wenn man noch ausgeleuchtet? Hä? Ja, und wo jetzt? Oh, und wie bei der Zeit. Oh. Hier. Oh, ha. Daniel, lass die bei ich mal. Da weg. Ah! Ach, hier ist eine Leiter. Das ist klar. Ja, ich bin da hingekommen. Ein Gold. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ach, ich baue mir aus die vier Clay eben ein Block. Aber man sollte ja nicht unterspringen. Ja, egal. Ich habe jetzt aus dem Clay-Block gebaut. Geht ja auch. Ja, wo jetzt lang? Was hast du denn gedacht? Wenn ich irgendwo noch wo in die Fall ist. Ja, und dann geht es wieder hoch, aber. Hier nicht noch irgendwo in den Raum? Ja. Ja, so. Kann man wieder mal nicht. Ja, wie kommt die Bonny denn da immer noch? Ja, aber jetzt gucken wir mal kurz die Fleisch, würde man da hinkommen. Ja, haben wir aber das größte Teil schon. Ich krieg so ein bisschen immer. Ja, aber nicht richtig. Hier, dann muss ich mit mir raus. Ja, dann gehen wir da wieder. Ja, du stehst bei dir sofort davor. Ja, meine Rüstung ist schon... Oh, mein Helm ist bald kaputt. Dein ist schon kaputt. Ja. Okay. Vielleicht mussten wir doch da runter, oder? Ja, denke ich mal. Hier war das. Dann komm. Lava, 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 Spinner. Stot. Hier kommt man aber nicht durch. Hier ist nämlich keine Druckplatte. Und ich nur hier? Jo. Oh, mach. Oha, guck mal da schon Lager. Stot. Stot. Okay. Ich hab ein Dungeon schon entchärft. Alter, was für abgeht. Ich bin drin, ich entchärfte meine ganzen Dungeon. Ich helfe dir. Boah, das Kielett. Okay, wohl aber weiter oder die Tür? Wo ist noch eine? Da. Hier. Das lieber wohl aber ist. Aber das klei. Oha. Oha. Komm, man da mal weiter? Geh mal weg. Okay, dann geh du mal da weiter. Da ist nämlich... Aber ich wette, wir müssen da hin. Weil der wird uns das nicht so leicht machen. Okay. Ach, hier ist Wasser. Ähm, Daniel? Ich bin grad hier gegangen, wo Dings ist. Wo Wasser. Genau. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Wo ist das, was du? Creeper. Wo? Alter. Wow, einen hab ich. Alter, was denn? Wow, da sind noch mehr. Da ist ein Creeper, da müssen wir hin. Mann, jetzt haben die sich gegenseitig bekämpft. Was für Idioten. So richtige Idioten sind das. Bekämpfen sich gegenseitig. Alter. Wow, 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 wow. Ich komm mir nicht mehr raus, Daniel. Komm zu mir. Quatsch, ich muss grad kämpfen. Ja, nicht da rein. Genau. Wohin. Okay. Komm. Ich muss schon was kaputt gegangen. Ja, nicht schlimm. Ach, da war ne Druckplatte. Da war ne Druckplatte. Hier ist ein bisschen was kaputt gegangen. Wow, noch ein Creeper. Einfach, das ist alles von der Creeper. Wohin, der. 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 Ach, lass doch. Brotten doch. Okay, wir müssen mal langsam Nahrung wiederfinden oder so. Ähm, Daniel, sollen wir mal hier reingehen, wo Eis ist? Da war ne Kiste, hast du ja gesehen. Ja. Hä? Warum ist das denn Wasser? Ach so, wegen der Fackel. Kacke. Dürfen wir keine Fackeln benutzen. Oh, nicht, keine Fackeln benutzen. Nur kurz. Oh, nörd. Oh, da sind wir nicht mehr. Das ist ein Creeper. Hä? Wie bist du denn da durchgekommen? So, das hat sich gespielt. Aber wir dürfen ja plass. Wir dürfen ja plassieren, aber. Das ist ein Boot. Der wird nämlich von mir gelaufen. Wow. Oh, ha. Deine Sachen sind da hinten. Alter. Boa. 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 Boa.